Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 29. Juni. Auch heute wird der Geek Talk Daily wieder gesponsort und zwar von Marketing-Experte der Lernkarten-App von den Entwicklern Apps with Love. Der Fokus der Anwendung liegt auf den fünf Lernfeldern Digital Marketing, General Marketing, Marketing-Fachleute, Verkaufsfachleute und technische Kaufleute. Vielleicht ist das was für euch, dann schaut da mal rein. Ansonsten bedanken wir uns auf jeden Fall für die Unterstützung vom Geek Talk. Und heute haben wir dabei StreamOn Tesla Model 3, Instagram Stories, Facebook Ads und Niantic. Beginnen tun wir mit Telekom StreamOn. Das ist ja der Dienst, den man zu seinem Mobilfunkvertrag bei der Deutschen Telekom hinzubuchen kann. Und dann kann man diverse Streaming-Dienste verwenden, ohne dass sie die Daten belasten. Und da gibt es jetzt neue Partner und mittlerweile sind die bei 297 Partnern angekommen. Und im Audio-Streaming ist das wirklich eine ganze Menge. Da sind diverse Radiosender aus Deutschland dabei und bei Video diverse dritte Kanäle. In dem Fall aus dem Osten, zum Beispiel MDR Thüringen, MDR Sachsen-Anhalt. Ja, also schaut mal rein bei StreamOn in die Liste. Wir haben natürlich einen Link in den Shownotes. Und vielleicht ist da ja ein Dienst bei, der euch auch gerade interessiert und der jetzt nicht mehr eure Daten belastet. Tesla. Tesla hat jetzt in Amerika die Bestellung für Model 3 geöffnet. Man konnte den ja damals reservieren, musste 1000 Dollar anzahlen. Aber das ist eine Reservierung und noch keine Bestellung. Und der Schritt wurde jetzt getan. Aus den Reservierungen wurden Bestellungen. Und nun können Kunden in USA und Kanada in, ja nicht in, sondern auf die Webseite von Tesla gehen. Und dementsprechend alles fertig machen und dann wirklich eine Bestellung abgeben für ihr Tesla Model 3. Und wie viele das sind, weiß man nicht. Global gesehen haben über 450.000 Leute diese Reservierung gemacht. Und jetzt steht es an, ja, wie viele haben davon wirklich am Ende, ja, die Lust und das Geld, die Bestellung durchzuziehen. Denn das günstigste Model 3 Modell, das ja alle erwarten, das ist ja immer noch nicht verfügbar. Und so hat man immer noch einen relativ stolzen Preis, den man zahlen muss. Und der liegt auch bei weit über 50.000 US-Dollar. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und ob Tesla da dementsprechend auch die Models 3 bald mal auf die Straße bekommt, im großen Stil. Wer im großen Stil jetzt was auf die Straße bekommen hat, das ist Instagram. Oder besser gesagt Instagram Stories. Denn die ermöglichen jetzt den Nutzern, Musik einzubinden in ihre Instagram Videos. Also die Story-Videos, die halt oft nur für 24 Stunden verfügbar sind, mittlerweile aber ja auch im Profil verankert werden können. Die können jetzt mit Musik unterlegt werden. Das konnte man vorher durchaus auch machen, indem man halt einfach was ablaufen lässt, während man aufnimmt im Hintergrund. Das haben auch bei Snapchat schon viele gemacht, bei Instagram genauso. Aber jetzt gibt es wirklich in der App selber die Funktionalität. Funktionalität, das fängt an bei Standardmusik von den bekannten Leuten. Man muss mal wirklich gucken, ob da wirklich alles dabei ist, was einen interessiert. Weil Instagram jetzt entsprechend Partnerschaften mit Musiklabels eingegangen ist. Das Ganze startet in sechs Ländern. Deutschland ist auch dabei. Und auf Android kann man die Musik erst später auswählen, die dann drunter gelegt wird. Bei iOS kann man es auch auswählen, dass es während der Aufnahme abläuft. Man kann sich ein Snippet aus der Musik raussuchen. Und ja, dementsprechend, wenn das was für euch ist, probiert es mal aus. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber ich habe halt auch gerne mal Musik drunter gelegt. Und nun gibt es halt auch einen wirklich offiziellen, schrägstrich legalen Weg. Obwohl ansonsten wo kein Kläger, keine Klage, sage ich mal. Also ich glaube, da ist noch nie einer von der Musikindustrie abgemahnt worden, weil er halt Musik in seiner Story hatte. Aber generell ist das natürlich ein schwieriges Thema. Gleichzeitig kann Instagram sich so ein bisschen damit halt auch gegen Konkurrenten wie Musical.ly platzieren. Und natürlich logischerweise gegen Snapchat, die dieses Feature eben nicht haben. Aber wie gesagt, man kann es ja auch umgehen. Und bleiben wir gleich im Hause Facebook. Da gibt es jetzt auch neue Updates und zwar für Facebook-Seiten und in Sachen Transparenz. Wenn man jetzt auf eine Facebook-Seite geht, dann kann man sich jetzt anzeigen lassen, welche Anzeigen gerade aktiv von dieser Seite geschaltet werden. Und dementsprechend wieder ein bisschen mehr Transparenz, die Facebook dann in den Tag legt. Und ja, ob das nun wirklich so nötig war, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Und ihr könnt ja mal reingucken, was eure liebsten Seiten so an Anzeigen schalten. Und letztes Thema für heute, Niantic. Die haben Matrix Mill gekauft. Das ist eine Firma, die sich mit AR beschäftigt, also Augmented Reality. Und ja, also im Prinzip ist das eine Technologie, die sie damit eingekauft haben, wo sie zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Niantics größtes Spiel, das ist Pokémon Go, wo sie ein Pokémon, beispielsweise ein Pikachu, via Augmented Reality in die echte Welt setzen können. Das konnten sie bislang auch. Kein Riesenthema. Aber dieses Pikachu in dem Beispiel, das kann dann auch wirklich hinter Objekten verschwinden. Oder wenn jemand vor dem Pikachu hergeht, dann ist das Pokémon wirklich hinter der Person. Taucht erst weg und dann wieder auf. Was erstmal ganz, ja, einfach klingt, ist in Wirklichkeit eine wirklich extrem komplexe Technik. Gerade wenn sich dann auch Objekte bewegen. Und Niantic macht damit halt mit dem Kauf von dieser Firma einen Schritt weiter, um sowas dann halt auch einzubinden. Und ja, jetzt wenn wir eh schon am Ende der Folge sind und am Ende der Woche einfach nochmal einen kleinen Exkurs. Also wir haben ja hier in Dortmund dieses Wochenende die Pokémon Go, den Safari-Event. Und ja, wir haben hier, weiß nicht, wie viele x-tausend Leute, die von überall auf der Welt reinreisen und Pokémon Go spielen. Und ja, das ist schon echter Wahnsinn. Ich habe gestern in Dortmund gestanden, habe einen Raid gemacht, das ist, wenn man sich trifft, um ein bestimmtes Pokémon zu fangen. Und auf einmal steht einer neben mir, begrüßt mich auf Englisch und der ist echt aus Hongkong gekommen nach Deutschland und spielt halt hier Pokémon Go und freut sich auf den Event. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Und zack, 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 dann kamen noch zwei aus London dazu. Wo London dann erstmal irre klingt, andererseits halt, es gibt eine 1,3-Billig-Flieger-Verbindung nach Dortmund. Also von daher. Aber der Kollege aus Hongkong, das war schon eine Hausnummer und ich bin gespannt, was wir hier am Wochenende haben. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf Twitter generell, aber halt auch gerne in meinem Account, was hier am Wochenende passiert, wenn das Thema Pokémon Go für euch auch akut ist. Oder wenn ihr euch einfach dafür interessiert. Fert ihr aus. Ja, wie gesagt, kleiner Exkurs am Ende. Die, die sich für Pokémon Go nicht interessieren, haben hoffentlich schon abgeschaltet und aufgehört. Ansonsten, wenn ihr noch dran seid, ich wünsche euch einen wirklich tollen Freitag und natürlich ein großartiges Wochenende. Und ab Montag wird euch dann der Martin wieder mit den News versorgen. Und bis dahin. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.